Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich im Showroom der SATA Tech Fair zur SATA Insight. Als renommierte Hersteller von Premium-Lackierpistolen bedienen wir die globale Welt der Autorabaturlackierung mit unseren hochwertigen Pistolen für die Applikation von Grundierungen und Füllern von Basislacken und Klarlacken. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website. Für hochwertige Lackierergebnisse benötigt man bekanntlich nicht nur eine Premium-Lackierpistole, sondern ein optimal abgestimmtes, gut funktionierendes Gesamtsystem. Ein wesentlicher Baustein hierfür ist ein hochwertiges Bechersystem, das eine gleichmäßige Versorgung mit Material der Lackierpistole während des gesamten Lackierprozesses garantiert. Hierfür bietet SATA sein Mehrzweckbechersystem SATA-RPS. Im Folgenden möchte ich Ihnen die wesentlichen vier Vorteile unseres belüfteten SATA-RPS Mehrzweckbechersystems vorstellen. SATA-RPS zeichnet sich zum einen durch seine Klickbarkeit aus. Was es mir zum Beispiel erlaubt, Radkästen oder andere schwer zugängliche Stellen ohne Probleme und ohne Beschädigungen der bereits lackierten Flächen zu lackieren. Des Weiteren haben wir ein sehr sicheres, stoßfestes System. Wir haben ein System, das sich einfach nachfüllen lässt und zudem sehr sauber ist. Denn bei richtiger Verwendung schaffen Sie es, dass kaum Lackmaterialien in der Lackierpistole verbleiben und damit auch die Reinigung ein Kinderspiel wird. SATA-RPS ist für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke verfügbar. Das heißt auch für unterschiedlich große Lackmengen und deswegen gibt es SATA-RPS in drei unterschiedlichen Bechergrößen. Den kleinsten, den 0,3 Liter Becher, finden wir insbesondere bei der Spot Repair Lackierung mit SATA Mini Jet Pistolen. Dann haben wir den 0,6er, das ist so die übliche Bechergröße für die meisten Anwendungsfälle und für besonders große Flächen. Oder zum Beispiel auch bei der Verarbeitung von Füllermaterialien wird sehr gerne der 0,9-RPS-Becher verwendet. SATA-RPS ist zudem mit zwei unterschiedlichen Filtervarianten. Einem 125 Mikron Flachsieb sowie mit 200 Mikron Stecksieb verfügbar. Bei den immer beliebter werdenden UV-Materialien im Füllerbereich, teilweise aber auch im Klarlackbereich, ist es wichtig, dass wir das Material vor dem Einfluss von UV-A-Licht schützen, um eine vorzeitige Reaktion des Materials zu verhindern. Dafür bietet SATA auch die schwarze Variante des SATA UV-RPS-Bechers an. SATA-RPS Mehrzweck ist ein vielseitig verwendbares Bechersystem für alle Lackierpistolen. Weitere Informationen finden Sie dazu auf unserer Website. Das SATA Lackierpistolenprogramm verfügt über eine große Bandbreite. Angefangen von Polyesterpistolen über Spachtelpistolen, Füllerpistolen, Minijet, Industriepistolen und natürlich dann bis hin zu unseren Topmodellen, der aktuellen X5500. Das aktuelle Topmodell, die X5500, kennen Sie in der gewohnten Weise in Digital- und in Standardausführung und auch in RP- und HVLP-Varianten. Neu dahin zugekommen ist eine X-Düsenvariante mit einem I- und einem O-Strahl. Die I-Variante für den kontrollierteren und die O-Variante für den etwas schnelleren Arbeitsvorgang. Als SATA bieten wir unseren Endkunden die Möglichkeit, sich eine eigene Lackierpistole auf Basis der X5500 zu designen. Das ist die SATA Custom Design Gun CDG. Diese Pistole kann bei uns über den Shop designt werden und das wird dort abgespeichert. Wir produzieren diese Pistole dann als Unikat und schicken sie dem Kunden zu. Neben den SATA Digitalpistolen gibt es ja auch die SATA Standardpistolen. Hier bietet SATA aber die Möglichkeit, mit dem SATA RM2 eine zusätzliche optionale Druckmesseinrichtung an die Pistole zu bauen. Dieser SATA RM2 kann mit verschiedenen Adaptern für sämtliche Pistolentypen verwendet werden, die die SATA im Programm hat. Das höchste Gut eines jeden Lackierers ist seine Gesundheit. Dafür benötigt er optimalen Atemschutz. SATA bietet hierfür ein umfangreiches Programm, beginnend mit der SATA R3F Halbmaske für den Vorbereitungsbereich SATA R3C, sowie insbesondere unsere Vollschutzhauben SATA Vision 2000 und unsere neueste Generation, die SATA R Vision 5000, an. Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Atemschutzprogramm finden Sie auf unserer Website. Für optimale Lackierergebnisse und saubere Atemluft benötigen Sie ein hochwertiges Filtersystem. Das für technisch reine Luft, frei von Partikeln, Öldämpfen und sonstigen Verunreinigungen sorgt. Hierfür bietet SATA ein umfangreiches Filterprogramm für den Vorbereitungsbereich mit der SATA Filter PREP-Serie an, sowie für die Lackierkabinen mit der SATA Filter 400er Serie und der neuen, in Kürze verfügbaren SATA Filter 500er Serie an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website. Die SATA TrueSun bietet eine tageslichtnahe Farbtonwiedergabe, das Ganze bei einer sehr gleichmäßigen Lichtverteilung. Sie bietet Ihnen 70 Minuten Betriebsdauer und das Ganze bei der vollen Lichtstärke. Sie ist stufenlos dimmbar und weist eine Ladestandsanzeige auf, mit der Sie den jeweiligen Akkustand erkennen können. Beim Einsatz von Mehrzweckbechersystemen bietet SATA zur Zwischenreinigung der Lackierpistolen die RCS-Reinigungsgeräte an. Zur Verwendung innerhalb der Lackierkabine das RCS TurboCleaner und zur Verwendung außerhalb der Lackierkabine das RCS Kompakt. Im Gegensatz zu dem RCS Kompakt kann ich bei dem RCS TurboCleaner die Lackierpistole direkt an das Reinigungsgerät anschließen und kann neben der Reinigung der Pistole und dem Trocknen der Pistole auch gleichzeitig die Pistole an dem Lackierluftschlauch belassen, sodass ich im Anschluss an den Reinigungsvorgang direkt weiterarbeiten kann. Für weitere Produktinformationen, Service- und Dienstleistungen sowie Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie uns unter sata.com.